Ein Stück, das ich damals gespielt habe, vielleicht kennen einige den Komponisten, Ludovico Einaudi. Er macht viel Filmmusik, hat damals den Film gemacht, ziemlich beste Freunde. Und das Stück habe ich damals noch gespielt. Ich würde jetzt eine Komponistin spielen, die er dann auch in Israel gespielt hat. Ich würde jetzt eine Komponistin spielen, die er dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat. Ich würde jetzt eine Komponistin spielen, die er dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat. ich würde jetzt eine Komponistin spielen, die er dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat und dann auch in Israel gespielt hat. Amen. 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 Amen.